So meine Lieben, ich bin hier schön lang nach Wald sehen. Ich genieße das hier. Ich habe gerade schön gegessen. Schön Bratwurst mit Pommes und Spaghetti. Mir geht es gut. Ich genieße die Sonne. Herrlich, mega, mega geil. Hinter mir ist hier der Kiosk, könnt ihr mal sehen. Der ist eine schöne Bratwurst und eine schöne Pommes. Können natürlich auch Eis lutschen. Und auf der anderen Seite hier ist der See. Und ich chillen so ein bisschen hier. Schön bei der Sonne. Mir geht es gut. Ich genieße und ihr genießt mit. Haut rein. Danke.